Das ist GIZ-Mitarbeiter Armando. Gerade hat er die Auftragsverantwortung bei einem Bildungsprojekt in Mosambik übernommen. Das Projekt ist vielversprechend und Armando macht sich sogleich motiviert an die Arbeit. Das Ziel, das Projekt erfolgreich durchzuführen, scheint in greifbarer Nähe. Doch am Horizont zeichnen sich Risiken ab, die die Umsetzung des Projekts bedrohen können. Die Risiken betreffen die Themenfelder Compliance, Infrastruktur, Finanzenverträge, Organisation, Prozesse, Personal, Politikstrategie, Reputation und Sicherheit. Je nach Veranlagung reagieren die Menschen hier ganz unterschiedlich. Der Zauderer geht allen Gefahren aus dem Weg, aber kommt seinem Ziel auch keinen Schritt näher. Die Hasardeurin hat keine Angst und lässt alle Risiken außer Acht. Doch wer die Gefahren ignoriert, darf sich nicht wundern, wenn er von ihnen eingeholt wird. Armando ist ein Intrapreneur. Das heißt, er handelt wie ein Unternehmer im Unternehmen. Gut ausgerüstet kommt er unbeschadet an sein Ziel. Naja, fast. Ein zielführendes Risikomanagement besteht aus vier Phasen. Identifikation, Beurteilung, Steuerung und Berichterstattung. Das Leben hält so einige Risiken für uns bereit. Die Kunst ist es, diese als solche zu identifizieren und sie zuzuordnen. Dann kann man sie bewerten und besser steuern. Zu Beginn des Jahres 2018 wurde in der GIZ ein weiterentwickeltes Risikomanagementsystem eingeführt, RM 2.0. Das RM 2.0 trägt dazu bei, aus vielen Einzelaspekten ein überschaubares Gesamtbild für die Risikosituation der GIZ zu schaffen. Der Risikokatalog hilft bei der Kategorisierung und Abwägung der identifizierten Risiken. Was ist die Ursache des Risikos? Ist es auf meiner Ebene steuerbar? Bedarf das Risiko einer Einbindung der Ebene der Landesdirektion? Und vor allem, hat das Risiko eine Auswirkung auf das Unternehmen? In regelmäßigen Abständen, mindestens einmal im Halbjahr, trifft sich Armando zu einem Risikodialog mit seiner Landesdirektorin. Beide besprechen die verschiedenen Risiken, die der AV identifiziert hat und entscheiden gemeinsam, wie damit umgegangen wird. So werden manche Risiken zu kleinen Risiken, die Armando alleine bewältigen kann. Andere sind deutlich herausfordernder. Hier bedarf es der Unterstützung durch die Landesdirektion. Wenn sich die Landesdirektorin die gesammelten Risiken ihrer AVs anschaut, bekommt sie eine breite Kenntnis über die Risikosituationen in den jeweiligen Projekten und einen Überblick über die jeweiligen Einzelrisiken. So kann sie auch Cluster und strukturelle Risiken leichter identifizieren. Im Risikodialog mit ihrer Abteilungsleitung werden die identifizierten Risiken besprochen und gemeinsam über die Einbindung der Abteilungsebene entschieden. Durch die Risikodialoge gelangen Risiken genau an die Ebenen, an denen sie steuerbar sind. Zurück zu Armando. Mithilfe des RM 2.0 hält ihn nun nichts mehr auf. Während Sauderer und Hasardören von ihren Zielen noch weit entfernt sind, hat Armando es längst erreicht. Denn Armando weiß, es gibt kein Leben ohne Risiken. Aber es gibt einen angemessenen Umgang mit ihnen. Mit der Schirr. Juss. Klingel- Klingel- Bösen Klingel-